Yo Leute ich begrüße euch zurück zu Family Guy und ja jetzt habe ich wieder einen Moment mehr Zeit um weiter aufzunehmen. Wir haben neue Muni- ich finde total behindert. Hier liegt Munition und da steht eine Munitionskiste. Super das bringt das. Auf jeden Fall gehen wir mal weiter. Sollen wir Brian spielen? Brian ist auch cool aber ich weiß nicht. Irgendwie finde ich Stewie ist irgendwie cooler. Das ist richtig behindert. Das ist wie in der Serie und ja ich weiß viele können tatsächlich nicht so. Über South Park sag ich schon. Über ähm... Alter geht hier ab. Über Family Guy lachen. Ich persönlich liebe die Serie. Die ist einfach nur herrlich. Also die kommt mit Pfefferspray um die Ecke. Was ist los mit euch? Geh weg. Geh weg. Ich hab Granaten. Oder vollgekackte Windeln. Und auch vollgekackte Windeln können euch wehtun. Sollen wir mal eine werfen? Bleib stehen. Ha! Alter die... Scheiße man die zerplatzen. Ich dachte die kotzen und hier liegen Granaten. Ich dachte die kotzen dann oder so. Aber hier liegen eiskalt dann Granaten und wir können die in die Luft sprengen. Richtig geil. Haha. Hammer. Komm hier. Schluck. Was macht er denn? Was hat er denn in der Hand? Er schmeißt mit ner Bong oder was? Okay. Läuft bei dir. Den Müll mal eben kaputt machen. Wer weiß. Vielleicht findet man da ja was. Granate. Bam. Hahaha. Scheiße ey. Mit ner vollgekackten Windel. Ja scheiße wortwörtlich. Tatsächlich. Hier ist noch ein Bild. 15 Sekundär. Also. Okay. Ich werde mal einfach versuchen alle Bilder einzusammeln. Wir haben ja Zeit. Ich hab auch gesehen irgendwie das Spiel geht ja gar nicht so lange. Da kann man sich ruhig mal Zeit nehmen. Und kann sich hier so ein bisschen umgucken. Ich werde mal versuchen, dass ich hier noch ne... Ach. Ich nehme immer das extra ein. Dabei will ich wechseln. Das ist immer auch... Habt ihr das gerade gesehen? Da ist Peter. Nackt auf dem Wagen. Hallo Peter. Oh mein Gott. Habe ich jetzt auch Granaten? Ne. Als Brian habe ich keine Granaten. Das ist ja auch blöd. Warum habe ich denn da keine Granaten? Hier schluckt. Hier schluckt die Windel. Ah Mist. Gar nicht getroffen. Ah jetzt. Was ist los? Hat die... Ist die ohnmächtig geworden? Gott. Gib mir Granaten. Ah ich hab wieder voll. Das Peter. Kann ich hier rauf? Ja wieder. Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Äh da ist noch eine. Headshot. Höhe dafür habe ich 20 Punkte bekommen. Okay. Vielleicht sollten wir versuchen mehr aufs... Kopf zu schießen. Was liegt denn da rum? Ah. Ne ne. Ist das jetzt... Ist ich das gerade richtig? Tatsächlich. Ist Quagmire. Oh mein Gott. Ist das Quagmire? Ne. Nicht Quagmire. Wie heißt der denn nochmal? Quagmire ist ja dieser eine der... Äh. Immer nur auf Sex ist. Wie heißt denn er nochmal? Ich muss auch zugeben. Ich hab jetzt schon eine ganze Zeit lang kein Family Guy mehr geguckt. Weil irgendwie... Nach dem tausendsten Mal gucken... Das ist ja auch irgendwann langweilig. Haben wir hier noch was versteckt oder so? Nö. Da oben ist Quagmire. Scheiße. Ist er wieder am Spannen oder was? Bringt das was? Nö. Ah, hier ist noch mehr. Was ist denn dieses Riesenhuhn eingesammelt? Was bringt mir das jetzt? Ach, das ist so ein Extra, das wir einnehmen können. Okay. Machen wir aber jetzt noch nicht. Wir machen mal lieber hier irgendwas anderes aus. Hatshot. 20 Punkte. 20 Punkte. 20. Keine Punkte. Jetzt aber 80 Punkte. Geil. Ah, noch ein Foto. 2 von 15. Hier liegt noch... Ah ne, das ist Farbe. Das sah gerade aus, als wäre hier Geld. Ah, da sind noch mehr von denen. 100 Punkte. Ja, Mann. Das steigert sich von Treffer zu Treffer. Ha, hier konnten wir was einreißen und haben noch ein Bild gefunden. Das ist natürlich auch nice. Ist hier vielleicht noch was versteckt? Ne, da kommen wir auch nicht rein. Hier ist eine Rampe. Hätte ja sein können, dass dann was passiert. Okay, okay, ich habe es. Ich habe es. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen erstaunt, dass das Spiel gerade aktuell nur mit 40 Frames läuft. Weil eigentlich ist das ja jetzt nicht gerade, ne? Voll aufwendig. Okay. Okay. Ich weiß auch nicht, ob irgendwie die Sachen vielleicht hier drin sein können oder so. Da ist schon mal nix. Granaten haben wir. Ich bräuchte mal so einen Orientierungspunkt. Von wo kommen wir denn? Ah, von hier kommen wir. Okay. Können wir in die anderen Häuser rein? Da waren wir ja schon. Ah, hier war die Party. Da waren wir auch. Hier waren wir auch schon. Okay. Hier können wir auch nix mitmachen. Entspann dich, Peter. Was ist das? Okay. Okay. Ah, hier haben wir noch ein extra. Brechwurzel-Extrakt. Brechwurzel-Extrakt. Mein Gott. Okay. Ich nehme mal an. Was können wir dann irgendwie werfen oder so? Ah, schade. Ich dachte, das geht dann hier vielleicht. Ih, ich kriege auch dadurch Schaden. Äh, hier. Das hier heilt mich, ne? Brauchen wir das jetzt schon? Ich glaube eher nicht. Aber wo? Hier vorne waren wir noch nicht, ne? Können wir die Autos in die Luft, ja? Ja, tatsächlich. Das qualmt. Naja, oder das... Ne, es brennt auch. Okay. Ich geh mal lieber weg. Ich weiß ja nicht, was für ein Radius das hat. Alter. Auf einmal voll die Einschusslöcher drin. Wahrscheinlich. Bringen die vielleicht auch was? Nö. Aber Moment. Hier waren wir ja auch schon. Ha. Dann haben wir ja im Grunde schon hier fast alles erkundet. Hier hinten waren wir noch nicht. Oder? Ich geh einfach hin. Wir haben ja genug Zeit. Renn, Junge. Ja, doch. Hier waren wir. Okay, dann rennen wir mal weiter. 1.400 Dollar, oder was haben sie? Ach, hier ist noch ein Bild. Oh Gott. Jetzt sollte ich mich vielleicht nochmal auf den ganzen Tischen und so umgucken. Vielleicht hab ich da was übersehen. Hm, da war ja eins. Das hatten wir ja mitgenommen. Bringt das hier irgendwas? Nö. Hier war ja nirgendwo was. Nö, hier ist nix mehr. Denke ich mal. Da haben wir noch ein Bild. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, in welchem Radius diese Bilder hier versteckt sind. Also kann ja auch sein, dass wir jetzt noch irgendwie... Im Level da drauf oder so... Bah, guckt euch den an. Ist ja widerlich. Ähm, im Level da drauf irgendwo Bilder liegen. Hier haben wir uns nämlich auch noch nicht umgeguckt. Da liegt nämlich auch noch eins. Perfekt. 6 von 15. Oh, Geld. Jawoll. Geld ist immer schön. Hier ist nix mehr. Hier liegt ne Granate nochmal rum. Geld und Kiffer. Beziehungsweise ich denke mal, das sollen Hippies sein. Bringt nix. Ne, können wir nicht in die Luft jagen. Ich nehme mal noch ne Granate mit. Ich dachte gerade, ich hätte mich in die Wand geglitscht. Aber da war ja so ne Lücke. Okay. Haben wir hier jetzt noch... Hier ist nochmal so ein Brechwurzel-Extrakt. Okay, äh, dann können wir eigentlich mal gucken, dass wir weitergehen. Renn, Junge. Renn. Da ist dieses Brechwurzel-Extrakt. Voll verschwendet, Mann. Ich muss mich echt an die Steuerung gewöhnen. Na komm. Flieg in die Luft. Voll Project X hier. Jawoll. Im Eimer. Oh, hier ist was zu explodieren, denke ich. Es ist doch was. Ja, sieht ein bisschen so aus. Hier kann ich nix machen, okay. Gucken wir... Oh, shit. Auf den Zaun. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ach, ist das nicht die Schwester? Ja, ne? Ah, Moment. Ha. Ey, warum geht das denn nicht? Ist ja voll doof. Hayley. Äh, der Tod. Ich geh mal zu dem. Oh mein Gott. Nehmen wir mal mit. Headshot. Nein, geh weg. Oh, der hat ne... Oh, der hat ne... Ah, das sah gerade aus wie ne Bazooka. Aber wie haben die sich denn hier ausgerüstet, bitte? Richtig... Richtig overpowered. Hier oben ist Geld. Komm, wisst ihr? Abflug, 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 Abflug. In die Luft gejagt. Headshot. Jawoll. Volltreffer. Boom. Ha. Shit, da haben wir Leben verloren. Wie komme ich denn da rauf? Geh weg, geh weg. Hier ist... Ah, der Zapfhahn. Gott. Geh weg, geh weg. Boah, wie viele? Ne, noch will ich nicht mit dem Typen reden. Ich will wissen, wie ich hier raufkomme. Ne, okay, da komme ich auch nicht rauf. Hier rüber komme ich ja wohl auch nicht da rauf. Hm. Irgendwie muss ich doch da raufkommen. Ich will das Geld haben. Bring ich... Bringt's nichts, ne? Ne, bringt nichts. Schade. Ich dachte, wenn ich da... Ah, Moment, hier. Jetzt haben wir's. Nicht. Shit, wir müssen einmal ums Haus, oder? Hier komme ich ja nicht rein. Komme ich denn jetzt weiter? Bin ich grad doof? Kann ich die Dinger hier kaputt machen? Nö. Kann ich die Dinger hier kaputt machen? Nö. Ah, die gehen ja auch nicht kaputt. Okay. Hier komme ich doch nicht durch. Wo muss ich denn hin? Hier ist ja nirgendwo... ein... Ha! Wir haben's geschafft. Genau, auf dem Grill passiert mir nix. Hier ist auf jeden Fall auch noch ein Bild gewesen. Gehen wir hier mal rüber. Ab geht er. Bam! Aber wir haben immer noch nicht genug Bilder. Hier, komm. Nimm die Scheiße. Geht doch. Ist denn hier nirgendwo noch irgendwie ein Bild? Oder ich übersehe's die ganze Zeit. So wird's wahrscheinlich eher sein. Ich würde ja zum Beispiel auch gerne jetzt hier rüber. Aber das geht ja nicht. Die lassen mich ja nicht. Und hier komme ich ja auch nirgendwo hin. Also hier kann ich ja nicht irgendwas aufsprengen oder kaputt schießen. Moment mal. Kann ich vielleicht, wenn ich auf... Megan oder wie die heißt? Meg heißt die, ne? Meg. So, wartet. Okay, das bringt gar nix. Schade. Ich finde ein bisschen schade, dass die Autos da nicht explodieren. Das bringt aber auch gar nix. Oh, shit. Oh, shit. Ähm. Da war's doch. Und jetzt auf Kuh. Genau, so. Jaja, ich weiß, du würdest mit uns reden, aber... Bringt mir nix. Ah, wie geil ist das denn? Da ist ein Schild, das die nicht rein darf. Arme Sau. Moment mal. Moment mal. Geht das kaputt? Nein. Vielleicht mit Brian? Nö, auch nicht. Vielleicht geht das Level erst gleich auf. Ich werde jetzt doch erst mal einen Cut machen. Bevor wir mit dem reden, mache ich jetzt einen Schnitt. Bis dahin und haut rein. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020